Ja, moin Leute, was geht ab? Yo Leute, das ist ein neues Update draußen. Ja, ist wirklich scheiße draußen, ey, Alter. Ich kann kotzen. Der neueste Held, ehrlich, ne, nicht Anubis, sondern hier, Rose. Ganz ehrlich, fällt dem Macher nix besseres ein. Einen scheiß Helden, wo es zu nennen? Das ist voll abseits des Spiels, weißt du, die hat so einen fetten Revolver, wow. Freust du dich, wow. Ja, jetzt ist es in der deutschen Version, ja, wie man merkt, bei mir schneit es, weil... Hintergründe, du kannst jetzt Hintergrund aussuchen, ich mein, dieser hier sieht sogar noch ein knacken besser aus, dieser tot. Du hast nicht genug, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich geh sterben. Ja, das ist, das ist echt die Krönung hier, was man hier alles hat. Wie gesagt, Leute, neues Update, 500 Games habt ihr dann zur Verfügung. Ich hab meine Schuhe verbraten und hab irgendwas, irgendwelche Scheiße gerollt. Ganz ehrlich, jetzt machen wir erstmal Mesa. Mesa 4, immer Leute, immer hier in verschiedenen Ecken gehen, weil... Erstens, damit ich die Bosse plattmacht, Bosse, genau richtig, weil... Sturm Mesa 4 hast du 5 Bossgegner, glaube ich. 4 grüne und einen blauen, wenn ich jetzt nicht falsch schlag. Werden wir aber auch gleich sehen, wie nachdem das jetzt hier abläuft, dann wollen wir mal kicken und los geht's. Ja, das sind 4 grüne und ein Schwubbelbube blauer. Das krasseste ist, du kriegst 1 grün innerhalb von nicht mal 1 Minute runtergeratzt. Ja, gut, da macht ganz schön viel Damage auf meinen. Nicht in die Fresse. Bam, in die Fresse. Oh, mit dem Klemmfinger. Ja, läuft, okay, ja. Okay, 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 okay. Mane. Oh Gott. Okay. Oh, komm schon, ratz den weg, Mann. Ohne, lass mich nicht in den Stich, du Altmodell. Kann ich jetzt mal so sagen, genauso wie Anubis, auch Altmodell. Okay, Anubis habe ich auch, benutze ich aber relativ wenig, weil ich ihn erstmal low gelevelt habe, weil ich brauche ihn erstmal nicht. Das könnte ich später gebrochen für den Arsch abwischen, aber naja, so, guck mal, die sind schon hier am blauen Bus dabei. Und die, ja, die ganze Welt ist schon in den Eimer. Ey, jetzt kommt, Mann, ihr kleinen Huhensöhne. Macht hingeh. Geht doch. Gott. Oh, das neue Lied von Baby's Beauty Palace. Oh Gott, ey, Alter. Das ist der letzte Müll, den man sich antun kann, ehrlich. Außer vom BM, die Parodie. Ach, ey, das ist schon ein bisschen krank und krass nebenbei. Ja. Ja, und jetzt, warum kriege ich einen Daumen runter? Weil du ein Huri-Sohn wirst. Wow. Alles klar, okay. Weil ich ein Huri-Sohn bin, deswegen kriege ich den ganzen Scheiß. Ja. Weil ich alle Finger hab. Jetzt kommt's. Oh, doppel-evo wird sogar noch. Doppel-evo wird ein Jagu, doppel-evo wird ein Schiedekrieger, ein Orksbane und ein fucking Droide, der meinerseits da ist. Ja. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh my fucking Godness, ey. Nee, 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 nee. Ja, ehrlich, ey. Und wie gefällt euch eigentlich mein Hardstyle-Mix so? Also das Anfangs-Intro, Hashtag-BM, sag ich nur. Wegen, weil Oddstar-Remix 2 heißt das Ding. Und da könnt ihr euch das so reinziehen, aber wie gesagt, ich hab's bei mir im Video mit eingebaut. Mal so als einen kleinen Lacher für den Hardstyle-Mix drinne. Und ja, wie gesagt, Leute. Das ist schon ein bisschen nice. Nice. Ja, okay, reicht wieder. Ey, nein. Leute. Ja, okay. Und das gibt hier jedes Mal 35.000 Scharen hier. Gibt's auch in die Schöne, meine Fräsne. Und unser ist gleich totgeratzt. Und... Bist du gleich tot? Komm schon, sterb jetzt endlich. Verdammt nochmal. Und er ist tot. Und... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab mich gerade verhört. Ja. Oh mein Gott, diesen Antikriegsfilm, ey. Das ist total zum Tod lachen, ey. Oder das ist doch der totale Scheiß. Neu bei... Bei Lidl. Die IA-Produkte. Mit IA-Chips und mit IA-Wasser. Ja, okay, reicht wieder. IA-A. Neu. Läuft bei mir heute. Fett bin ich aber leider nicht geworden, weil... Ja. IA-A. Weil IA... Ja, okay, jetzt reicht es wieder. IA-A. Halt die Schnauze dahin. IA-A. Schnauze. IA-A. Halt doch jetzt mal die Fresse hier. IA-A. Geht doch. Meine Fresse. Mann, oh Mann. Mein lieber Scholli. IA. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten. IA-A. Oh, jetzt ist gut. Meine Fresse. IA-A. Oh, Schluss. Oh, Gott, ey, das nervt. IA-A. Halt jetzt die Schnauze. Oh, Gott. IA. Oh, Gott, Alter. Ja, okay, reicht wieder. IA. Oh, Gott. Also, wenn das mir dauerhaft auf die Nerven geht, IA, dann bin ich manchmal IA-A behindert. IA. Ja, okay, reicht, reicht wieder, reicht wieder. Mit feuch, hier am Dampferdreher. Nichts hier, war ja was. Oh, Detlef, Alter. Leopold, das ist wieder deine Schuld. Du Wichser. Ceotat, das ist dieses Kiddy, dieses, keine Ahnung, wie das Kiddy heißt, das immer ausrasten tut. Der heißt, das heißt nämlich Leopold, beziehungsweise das scheiß Kind heißt Leopold. Und IA, es ist homosexuell, IA. Und in IA. Gott. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie viele IAs reingekommen sind. Das zählte gerade nicht, was ich gesagt habe. IA. Schreibt es einfach in die Kommentare, weil ich ziehe da gar nicht mal mit. Äh, nein. Okay, nein, ich bin ja gut. Positiv denken. Einfach positiv denken. Ach, dieses Seolik, oh mein Gott. IA. Hört ihr auch Musik von SIA? Also wie gesagt, nur wo ich ja gesagt habe, dieses IA, da müsst ihr wirklich IA reinschreiben. Also wie viele IAs es gewesen sind, würde ich gerne wissen, weil das würde mich schon ein bisschen interessieren. IA, weil ich alle Finger habe. Und ja. Joa, komm schon, Arena, jetzt hier. Man, ja. IA. Okay, schreibt es wirklich in die Kommentare, wie viel ich dieses IA reingeknallt habe, Alter. Weil BM, der prägt schon mein Leben hier. Er prägt. Er prägt mein Leben neu. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Was ist das denn? Okay, gut. Das hat sich behindert angehört. IA, sogar richtig behindert. IA, warte ich alle Finger. IA. Oh Gott, Alter, wenn jemand hier dieses Video bedenkt, dann denkt sich auch nur so, bist du geistig behindert oder einfach nur dumm? Hm, gute Frage. Nächste Frage. Ja. Lol. Wie gesagt, Leute, wenn ihr noch mehr so diese IAs hören wollt, dann schreibt es bitte nicht unter anderem. Unter meinen Kommentaren, knallt das bei BM rein. Also, den YouTuber. Ja. Weil, der kann das noch zacken besser und der macht sogar heißen, den heißen Stuhl. Es ist wieder Zeit für den heißen Stuhl. Genau, sowas in die Richtung. Und ja. Mein Gott, Alter, wieso verkack ich dauerhaft in der Arena, ey. Das ist doch die totale Scheiß. Ehrlich, ey. Das ist doch die totale Scheiß, ey. Nimmt man eine Chance gegen die kleinen Scheiß-Ruhl und so, ne? Von der Weltregierung hier. Och, ist das Scheiß-Ernst, Alter. Scheiß-Fucking-Evolvierte Helden und ich komm nicht mal dagegen an. Ja. Ja. Hm, ja. Hm, hm. Ja, hm. Geh sterben. Geh sterben. Geh sterben, hab ich gesagt. Danke. Mann. Diese evolvierten Helden, Alter. Mein erster evolvierter Held ist jetzt ohne Scheiß der Droide. Beziehungsweise wird das der Droide sein. E-ja. Oder vielleicht Ronan. Da muss ich aber auch 20k Splidi sparen. Und ja. Danke fürs Zuschauen. E-ja. Schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, wie viele E-ja's da reingekommen sind. E-ja. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dann auch nochmal ein bisschen unterstützen würdet mit dem E-ja. Reicht wieder. Oh Gott. Alter, hab ich hier gelandet. Ein Ehrenhaus. Das ist ein Ehrenhaus. E-ja. Oh, ist gut. So, Leute. Haut rein. E-ja. Ja.